Das eigene Haus. Ihr Wohlfühlort. Doch eines fehlt noch. Eine Photovoltaikanlage. Denn mit der eigenen Energieerzeugung durch die Kraft der Sonne wird jede moderne Haustechnik erst komplett. Und Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Doch wie kommen Sie zu Ihrer eigenen PV-Anlage? Ist das nicht sehr kompliziert und teuer? Nein, denn mit dem Salzburg AG Sonnendach wird Photovoltaik ganz leicht. So funktioniert's. In unserem Photovoltaik-Rechner können Sie einfach online Ihre Daten eingeben und sehen auf einen Blick, welche Anlagengröße die richtige für Ihr Haus ist. Und Sie erhalten ein unverbindliches Angebot. Interessiert? Fordern Sie einfach online einen Besuch unserer Photovoltaik-Experten an. Diese beraten Sie gern und klären alle Details zur Installation. Auch individuelle Wünsche sind natürlich kein Problem. Aber ist die Anschaffung nicht sehr teuer? Nein, denn wir bieten Ihnen ein innovatives Finanzierungsmodell über sechs oder zwölf Jahre. Hohe Anfangsinvestitionen fallen für Sie also weg und Sie bezahlen die Geraten bequem monatlich. Hat Sie unser Angebot überzeugt? Kümmert sich die Salzburg AG um alles weitere. Förderabwicklung, Einspeisebestätigung sowie die Installation. Ab nun produzieren Sie Ihre eigene Energie mit Hilfe der Sonne. Und wenn irgendwann mal was nicht funktioniert? Die Photovoltaik-Experten der Salzburg AG lassen Sie nicht im Stich und sind immer für Sie da. Sie sehen also, mit der Salzburg AG haben Sie alles aus einer Hand.